Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe, Beatrice Egli und Florian Silbereisen, die zwei strahlenden Sterne am deutschen Schlagerhimmel, hatten sich in einer unerwarteten Fernsehhochstzeitsüberraschung das Jahr Wort gegeben, zumindest glaubten, dass ihre Fans zunächst. Die TV-Zuschauer, die an diesem Abend auf eine gewöhnliche Unterhaltungsshow eingestellt waren, fanden sich plötzlich in einer bewährenden Szene wieder, die eine Mischung aus Romanze und Drama versprach. Beatrice im eleganten weißen Kleid, strahlend und voller Freude, und Florian, der sie liebevoll ansah ein Bild, das im ersten Moment wie der Höhepunkt einer Liebesgeschichte wirkte. Doch der Abend entwickelte sich bald ganz anders, als die Zuschauer erwartet hatten. Die Show begann ganz harmlos, mit Musik, Tänzen und einer ausgelassenen Stimmung. Doch als die Lichter gedimmt wurden und Florian mit ernstem Blick die Bühne betrat, hielt das Publikum den Atem an. Es gibt jemanden hier, dem ich heute etwas ganz Besonderes sagen möchte, begann Florian, seine Stimme voller Emotionen. Die Kamera schwenkte auf Beatrice, deren Augen glänzten, und die Fans konnten förmlich spüren, wie die Spannung im Saal wuchs. Beatrice, fuhr Florian fort, seit ich dich kenne, hat sich mein Leben verändert. Die Worte kamen tief aus seinem Herzen und das Publikum war bewegt von seiner Offenheit. Doch plötzlich geschah etwas Unerwartetes, Beatrice sank plötzlich zusammen und hielt sich den Bauch, was Florian und das Publikum gleichermaßen schockierte. Die Kamera fing den Moment ein, als Florian ihr zur Seite eilte und mit besorgtem Gesicht Beatrice, geht es dir gut? fragte. Beatrice, leicht zitternd, antwortete leise, Florian, ich weiß nicht, was gerade passiert. Mir ist plötzlich so übel geworden. Der Auftritt wurde abrupt unterbrochen und das Publikum saß fassungslos vor den Bildschirmen. Sofort begannen die Spekulationen, war Beatrice ernsthaft krank, war der Stress zu groß geworden, die Anspannung in der Halle und bei den Zuschauern zu Hause war zum Greifen nah. Nachdem sich Beatrice für einen Moment zurückgezogen hatte, kehrte sie blass, aber mit einem schwachen Lächeln zurück auf die Bühne. Es tut mir leid, euch alle so erschreckt zu haben, sagte sie. Das war nicht geplant, aber ich glaube, ich weiß jetzt, was los ist. Florian sah sie verwundert und besorgt an. Beatrice, willst du uns etwas sagen? fragte er vorsichtig. Beatrice nickte langsam und nahm seine Hand. Florian, ich wollte eigentlich noch warten, bis ich es dir sage, aber ich glaube, die Zeit ist gekommen. Mit zitternder Stimme fügte sie hinzu, ich glaube, ich bin schwanger. Die Reaktion von Florian und dem Publikum war überwältigend. Die Kamera fing den überraschten, aber vor Glück strahlenden Ausdruck auf Florians Gesicht ein, als er Beatrice in die Arme nahm. Beatrice, das ist unglaublich. Du wirst Mutter, und wir werden eine Familie. Seine Worte waren kaum mehr als ein Flüstern, doch die Freude in seiner Stimme war unverkennbar. Die Zuschauer, die den Moment live erlebten, waren tief bewegt, und bald begann eine Welle von Glückwünschen und Nachrichten über die sozialen Netzwerke zu strömen. Doch das war noch nicht das Ende der überraschenden Wendungen an diesem Abend. Gerade als Florian und Beatrice sich gemeinsam dem Publikum zu wenden wollten, trat ein Arzt ans Mikrofon, den Beatrice noch von einer vorherigen Untersuchung kannte. Er blickte sie ernst an und sagte, Beatrice, ich freue mich für Sie, aber ich muss auch eine ernste Nachricht überbringen. Die Stimmung schlug wieder um, die Freude wich einer bangen Stille. Der Arzt erklärte, dass Beatrice in letzter Zeit wegen anhaltender Fieberschübe in Behandlung gewesen sei, und dass das Fieber ein Symptom für eine seltene, aber vorübergehende Schwangerschaftskomplikation sein könnte. Frau Egli, es könnte sein, dass ihr Körper etwas mehr Ruhe braucht, erklärte der Arzt. Die Nachricht erschütterte die Zuschauer erneut, und Florian war sichtlich besorgt. Er legte den Arm und Beatrice und versicherte ihr, was auch passiert, ich bin bei dir, du musst dich jetzt um dich und unser Baby kümmern. Beatrice nickte dankbar und schien trotz der Nachricht zuversichtlich. Ich werde alles tun, was nötig ist, und sicherzustellen, dass es dem Baby gut geht. Die Show ging in einem anderen Ton weiter, eine Mischung aus emotionalem Höhepunkt und nachdenklichem Moment. Die Nachricht verbreitete sich schnell, und die Fans reagierten nicht nur mit Freude über die Schwangerschaft, sondern auch mit Mitgefühl für die gesundheitliche Herausforderung, der Beatrice gegenüberstand. In den darauf folgenden Tagen sprach das ganze Land über die überraschend Hochzeit, die Schwangerschaft und die plötzliche Wendung der Ereignisse. Die Zeitungen titelten mit Schlagzeilen wie eine unerwartete Hochzeit im Fernsehen, und Florian Silbereisen wird Vater eine Liebe für die Ewigkeit die Fans feierten das Paar und drückten ihre Unterstützung aus. Es war ein Ereignis, das die Herzen vieler Menschen berührte und die Liebe zwischen Beatrice und Florian auf eine neue Ebene brachte. Beatrice und Florian zogen sich anschließend für eine Weile aus dem Rampenlicht zurück, und die bevorstehende Geburt und Beatrices Gesundheit in Ruhe zu planen und zu schützen. Ihre Beziehung, die bereits zuvor von Liebe und gegenseitigem Respekt geprägt war, wurde durch dieses besondere Ereignis noch stärker, und während die Welt gespannt auf die Rückkehr des Paares wartet, ist klar, dass sie gemeinsam jede Herausforderung meistern werden.